Ich muss ja, wenn ich so stehe, Manu, nicht hier angeln. Stift? Alter, Riss. Achso. Was? Ich habe zum Beispiel auch noch Vergangs. Wir haben ein bisschen Freude, können nicht vergraben. Schau mal. Schau mal. Da drüben hockt einer. Jetzt sitzt einer. Schatz! Ich bin Jack. Das ist mein Lop. Mein Partner, Enes. Die Gag kennst du doch, oder nicht? Wer sind wir? Arbeit also. Die gibt's ja nicht mehr. Ja, nein, das ist aber irgendwie genug. Was hast du denn gemacht? Ja, noch nichts. Ich grimme's überhaupt nicht. Innerlich. Ich grimme's voll, aber... Ich grimme's voll, aber... Ich grimme's voll, aber... Außergespräch. Du musst mein zweimal auf. Aufnahme warten. Nein, alles. Noch mal. Hör dich. Hör dich. Hör dich. Hör dich. Drück in diese Stadt und werden die größten Cowboys weit und breit. Ich bin so ein Idiot... Wäre doch egal gewesen. Das ist mein Lov... Mein Partner, Ennis. Da konnte ich nichts dafür. Jeha! Aber lasst euch nicht vom Sheriff auf... Du bist der neue Sheriff. Ich bin der Sheriff. Ja, da gehen wir dann. Du stehst noch super nah an der Wand. Du kommst gerade raus. Du kommst. So ein Quatsch! Das ist doch doof. Die Menschen in Kingsville haben ein Quiz verdient. So ein Quatsch! Was für ein Quiz? Ihr zwei sagt mir nicht... Was... Oh Mann, ihr habt den Verleih. Freie Scheiße. Dann nochmal hoch. Und runter. Okay, mach mal schneller. Noch mehr Freude. Kannst du noch ein bisschen eindrehen? Ich dachte mir... Ich bin sehr freudig. Ja, was ist denn? Das ist doch so... Ich war vorne hinten bei der alten Dame. Ja! Take eins! Du musst die Waffe schon draußen haben. Und ihr mir... 10 in 3. Roll 1. Take 2. Hey! Was fällt euch ein nicht ein? Scheiße, ihr habt schon mal getrunken. Boah, pass aufs dich. Wer ist denn, wer hilft? Das ist doch scheiße. 3, 2, 3, 3 2, 3, 2, 3, 3, 3... Aber warte mal, warte mal, nimm einen Stein. Jawoll! Das ist doch perfekt, ey! Action! Ich bin doch so alt für so'n Scheiß! Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, das gefällt euch bisher, das Gerhard-Besil-Video. Wann kommt das denn? Dann kommt das Unheil-Quiz, ne? Wenn es euch wirklich gefällt, dann lasst doch ein Like da und abonniert den Kanal. Und bis zur großen Flusszeit. Glück auf die Glocke! Und jetzt geht's weiter mit Szene 3, Roll Up und Take 2. Stopp! Stopp! Drei! 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 Stopp! Okay, stopp! Passt! Ich schicke wieder rein! Einen richtigen! Okay, ich glaube, aber das reicht. Wie auch sehr aufmachen! Auf diesem Verlauf wäre jetzt dermals fast geschorten. Ja, Freunde, was ist hier los? Da ist ein Mond. Hast du den Mond drauf? Ja. Das freut mich. Und da hinten sind irgendwelche Enten. Ja! Wie das Anstand heute? Das haben wir hier. So. In der 4, Roll 12, Take 1. Wir machen jetzt Feuer. Oh ja. Und warum machen wir erst jetzt Feuer? Wir hätten es da oben machen sollen. Vielleicht hatten wir keinen Feuerzeug dabei. Ja. Die Schüssel ist original komplett anfassbar. Echt? Ja. Das ist gut. Hallo! 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 Es ist vorbei. Es ist vorbei. Es ist vorbei. It's over. It's done. Und jetzt müssen wir noch 3 Stunden zurück zur Zivilisation laufen. Durch Nacht und Nebel. Durch die Kannibalenstämme durch. Ja. Mit dieser Kamera. So geht aber übrigens jeder kann sagen. Ne, das Feuer wird noch kleiner. Jan, ich meine, es brennt. Es brennt, es brennt. Oh ja. Es brennt. Wir brauchen ohne Schalz den Eimer oder Fahrrad. Ich hab ja, ich hab's doch gesagt. Genuss, Steve. Es geht jetzt überall. Vergiss es. Du bist. Du bist. Du bist. Vielen Dank.